Soll ich grünes Licht werfen? Nicht von mir aus. Okay. Ja, wer weiß. Okay, los, komm. Ich werde getroffen. Ich bin highly verwundet. Ich bin highly wounded. Ich habe mich bestimmt an dem Rost des Autos verletzt. Ja, hallo liebe Freunde. Zu diesem neuen Arma 3 Projekt. Ich bin's wie immer, ja ganz schott. Und ja, hier haben wir unseren Gear Selector. Ihr seht gleich, das sieht alles ein bisschen anders aus als bei King of the Hill. Oder, ja, was weiß ich, was für Mods ihr noch spielt, Wasteland und so weiter. Wir haben hier im Endeffekt die komplette Vielfalt und können uns einkleiden und so weiter. Ja, das ist eine kleine Zusammenwürfelung sämtlicher oder vieler Modifikationen. Modifikationen, ganz zu viel kann ich dazu jetzt nicht sagen. Im Endeffekt, äh, eine alte Coupane aus DayZ, The Titan, der bastelt mit seinem Kumpel, dem Marv. Im Endeffekt da was Schönes zusammen. Spielprinzip a la Battlefield. Ihr kennt im Endeffekt ja Eroberung von Battlefield und das System ist dem sehr ähnlich. Das heißt natürlich Flaggenpunkte einnehmen, halten und dabei gehen dann halt Tickets runter. Das ist dann natürlich begrenzt durch eine gewisse Anzahl an Waffen. Nein, eigentlich genau andersrum. Es ist im Endeffekt so, ihr habt alles mögliche. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele hundert Waffen auswählen können. Also man braucht alleine schon, wenn man sich am Anfang einkleidet, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, ungefähr eine Viertelstunde locker, bis man so sein Setup zusammen hat, den man ja zum Glück abspeichern kann und dennoch leicht abändert. Also man muss das eigentlich nur einmal machen und dann klappt das. Und das ist super Vielfalt im Endeffekt. Und natürlich ist alles auch super angepasst, dass, äh, Jeeps zum Beispiel, also es sind keine Panzer, alles das, was man von King of the Hill im Endeffekt nicht so leiden kann, ne? Dass im Endeffekt die Panzer da ewig auf dem Berg stehen und so weiter. Das haben wir hier halt nicht. Wir haben Jeeps, ähm, teilweise, äh, später noch bewaffnete Jeeps und so weiter. Sodass es aber alles so im Einklang bleibt und man wirklich Infanterie-Gefechte hat. Infanterie-Gemetzel. Einfach richtig schönes Gameplay. Ja, ähm, das ist bisher der Stand. Die Mod ist im Endeffekt immer noch in der Mache. Wir haben da einfach, äh, mal Probe gezockt. Und ich dachte, ich nehm das mal für euch auf, dass ihr auch nochmal einen kleinen Einblick bekommt. Mit dabei bei dieser Runde ist dann auch mal wieder der Oberst Leo und der Diablo. Viel Spaß dabei. Ja. Gut, scheißegal, jetzt gehen wir jetzt damit raus hier. Da haben wir halt die Drecksknarre. Machst du trotzdem fertig. Wo seid denn ihr? Seid ihr jetzt schon los, oder was? Ja, schnapp dir ein Auto. Gehen wir erst auf Alfa, ja? Jo. Ja, hol mal. Ich warte geschwind. Schau, guck mal, Herr Blick. Ich komme auch schnell in den Rauch und da rote ich noch 10 Minuten bei mir. Okay. Ich muss hier nur warten, ne? Ja, nur stehen bleiben, bis der Ball direkt und die Anzeige voll ist. Ich muss hier nur warten, bis der Ball direkt in den Rauch und da rote ich noch ein paar Minuten bei mir. Ich, Mann. Ach, du arranges nicht. Hab ihn. Gut. Die kommen mit dem Panzer um, der Echo, oder was? Das geht nicht. Oh, Echo wird jetzt relativ aussehen. Ich muss hier denn an die im Punkt... Pass auf. Was rumstehen von denen. Ich glaube, wir werden beschossen. Ja, werden wir. Ja, ja. Ich sehe nur da oben. Wie war denn das nochmal mit dem... Oba! Mit dem Visier wechseln? Äh, Linke Steuerung, Rechtsklick. Ah, das ist doch Titan. Okay, raus. Wo ist er denn? Oben auf dem Dach ist er. Vom Krankenhaus da. Ja, das war mir klar. Da ist er immer. Warte. Sniper. Der schießt auf mich. Oh, scheiße, ich kann nicht so hoch richten. Mit meinem... Mit meinem Granat-Longer. Da war er eigentlich da rum. Bei Echo. Im Krankenhaus. Oder vor dem Krankenhaus. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Ja, da ist Titan auf dem Dach. Ja, da ist Titan auf dem Dach. Ich hab mich erwischt, aber ich weiß nicht, ob er tot ist. Nee, das wird unten links stehen. Äh, er kraucht da noch rum, genau. Ich hör noch rumschleichen, glaub ich. Was war denn das? In Jet. In Jet hat einen Angriff geflogen. Ich bin kampfunfähig, lieg auf der Treppe. Nach oben hin. Okay. Zum Krankenhaus. Okay. Jetzt haben sie sich auf meine Ecke eingeschossen, beide. Please revive me! Geht ihr mal ins andere Team hoch, okay? Äh, der soll jetzt sowieso raus. Ja, Titan. So schmeckt das, Metall. Du Ratte. Du guckst da doof auf dem Boden rum, ehrlich. Ich hab mal Hasen aufgeknallt, okay? Ich hab mal Hasen aufgeknallt. Das soll's ja nicht. Habt ihr irgendwie wie Fragen oder sowas? Ja, wie treff ich? Also das war wirklich, das war wirklich, äh, nicht schaffbar, ne? Schatz, magst du mir mal eben ne Schachtel der Kippen hochschmeißen? Hm? Mach ich. Du nicht. Alles klar, danke. Hätteschön. Lass uns bei Punkt B treffen. Ja, lass es. Ich hab ne Stange mit, weißt du? Hi. Oh, hit. Ich kann niemanden ausmachen. Ich würde sagen, wir haben eine ganz beschissene Position. Sollen wir uns zu Charlie zurückziehen? Ja, ich denk auch. Ich nehme immer mein Dach ein, dass ich hier runterkomme. Hallo, ich komme in deine Richtung. Ja, müssen zurück. Lass uns auf die hier an der Wand lang oder so mal gucken. Ich weiß ja nicht, wo die sind. Du nur ein bisschen nach hinten. Ja, ja. Ich glaube, ich komme vom Haus gut runter. Okay, jetzt rüber sprinten. Ich renne so schnell, ich kann. Okay, schüsse. Auf mich. Auf dich? Ja. Auto. Hussein. Der ist Richtung Garagen wieder gefahren. Wir haben blöde Position. Oh, tot. Weg hier. Spintal. Rette mich. Nice. Achso, wir können dich retten. Ja, natürlich. Ich liege gegenüber. Bitte. Aber ich glaube nicht, dass er ihn getötet hat. Oder ist er ausgestiegen? Nee, ne? Nee, der war noch ein Schütze irgendwo. Ja, ich gehe wieder ans Eck hier. Ich danke dir. Dankeschön. Ja, du. Da oben, da oben. Was da oben? LoL. Dem was? Lassen wir die mal kommen, oder? Hat der Glück gehabt. Kommt noch wieder ein Auto? Okay, er ist wieder auf dem Vordach, aber... Ja, ich gehe links rum. Also, ich gehe links um das Haus. Nein! Hat er dich? Ich sehe das überhaupt raus, ja. Kannst du ihn wiederbeleben, glaube ich. Nein, nein, er will mich finischen, der Wichser. Oh, shit. Ja, ich bin down. Hier stand hinter... Direkt beim weißen Gebäude. Hinter der... Hinter... Ähm... Diesen blöden Mauer. Ich glaube, es wurde nur Luftschlag gegen uns angefordert. Also, wir können bei Diablo spawnen, weil der Squad... Scheiße! Da waren zwei Schützen. Echt? Wieso bin ich denn Squad Leader? Weil Mav rausgegangen ist. Glückwunsch. Ja, danke. Ich wurde befördert. Ja. Das liegt alles an dir. Ich gebe, oder nicht? Nein. Warum soll ich aus meiner Deckung raus? Damit du... Ah! Oh, shit. Alter, ich habe das Blutspritzen sehen. Okay, ich sehe ihn. Willst du mich wieder? Ja, ja, warte. Sag, dass du noch lebst. Ich lebe noch. Ich werde dich vorsichtig wiederbeleben. Einer ist immer noch bei den... Ich werde dich... ...Mauer da vorne. ...wiederbeleben streicheln. Du bist jetzt wieder fit. Danke. Wir wissen, wo der Schütze war. Ich habe dir etwas von dem Zaubertrank gegeben. Das ist ja, wo... ...die Leiche ist von Diablo, ne? Ja. Genau dahinter war er gerade. Ich hole mal eine Granate in die Richtung. Jo. Schieß... Sch... Sch... Schüsse. Schüsse wollte ich sagen. Schüsse? 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 Aber ein bisschen versperrst du mir die Sicht, mein Freund. Boah. Wenn du so weitermachst, wirst du getötet. Wer ist noch mit vorne? Ich. Bist du ganz vorne, da beim Gemäuer, oder? Ja, das ist, glaube ich, Diablo. Ich hole ein bisschen vor. Schüsse? 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 Wie kann der mich denn hier treffen? Ich denke, der ist hier oben im Haus drin. Schüsse... Oh. Die kommt... Ich nebel die Straße, dann machen wir mal einen Sturmangriff über die Straße, okay? Ja, soll ich grünes Licht werfen? Nicht von mir aus. Okay. Ja, wer weiß. Okay, los, komm. Ich werde getroffen. Ich bin heili verwundet. Ich bin heili verundet. Ich habe mich bestimmt an dem Rost des Autos verletzt. Oh Gott. Da ist da kein Nebel mehr. Oh Gott, da ist gar kein... Ich renne andersrum. Ich bin dran, um über die Straße zu laufen, habe ich das Gefühl. Ich renne an dem heiligen St. Peters Gebäude vorbei, okay? Und wo? Ja. An dem Bürogebäude auf der linken Seite. Kannst du mich holen? Oh. Ich soll... Oh, fuck. Ich gucke, ob ich dich holen kann. Wo ist denn der Feind? Der ist, ähm, da. Ach. Oder warte, ich kann bei Diablo spawnen. Der kann spawnen bei ihm. Wenn Diablo da bleibt. Schüsse, Schüsse! Hinter mir! Alter. Who the fuck is Alice? Ich trau mich gar nicht, mich umzugucken. Der muss mich ja gerade direkt gesehen haben. Ich renne hier schnell. Hab ihn, hab ihn! Oh. Oh, 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 oh. Meine Pumpe. Er ist tot. Ich muss ihm noch den Gnadenschuss geben. Ah, er hat auf Respawn gedrückt. Ich hab gesehen, weil seine Leiche noch einen Purzelbaum gemacht hat. Schütze an der Schlampe Blumen. So, jetzt hört er mich. Er kommt wieder mit raus. Fahrzeug! Ich hab den laufend gesehen, hab auf den geballert. Und konnten dann abknallen. Er geht in die Ruine rein. Genau da rein, Endzeit. Okay. Genau da drin ist er jetzt. Nice. Ich, äh... Er hat sich hinter die Mauer verzogen. Fuck. Ich lade nach. Schieb mich ein bisschen. Ja, aber ansonsten... Es gibt viele Probleme, die einfach von Armour aus gemacht sind. Hm. Da können wir leider nicht viel ändern. Ja, dann müsste man vielleicht verhindern, dass der Commander bei seinem eigenen Tod... Pass auf, pass auf, rechts lang. Rechts lang, rechts lang. Da hinten. In die Richtung, die ich... Da, in die Richtung, die ich schieße. Dann kann aber keiner mehr beim Commander sparen. Und das ist dann auch wieder blöd. Okay. Leider. Ich stelle jetzt zwei Beine auf. Ich gehe hinten ran. Ja, ich gehe hinten ran. Yeah. Tja, ihr Pussis. Hättet ihr jetzt wohl nicht erwartet. Ich habe ihn noch mit Geld. Hi, hi, hi. Oh, meine Hände. Überall klebt Blut. Nee, dann machen wir Alpha. Hattet ich eh vor. Mach auf, die Ratter hat die gleiche Idee gehabt. Warte, ich steige ein. Hast du mir den Sitz auch schön warm gehalten? Ja. Oh, schön. Oh, du bist drinnen. Nice. Perfekt. Das wird ein harter Ritt. Wo hast du denn das Dach gelassen? Bei dem Auto ist kaputt. Alles kaputt. Ich habe keine Fall, Kasko. Red mal mit Target. Hey, Karklas, die machen das auch bei einem Teilkasko. Okay, ich halte an. Okay, warum? Musst du kickeln? Ja. Okay, ich warte hier. Jetzt, wenn ich recht überlege, ich muss auch. Also, was habt ihr genommen? Lass uns in das Gebäude. Die Pissoirs sind hier erste Sahne. Oh, hier geht's nicht durch. Lass uns doch in die rote Dent drin pinkeln. Hmm, rote Dent drin. Rote drin. Aber nicht die Tür kaputt machen. Okay. Hast du eine Sniper Rifle? Nein. Ich habe... Warum sollte ich immer eine Sniper Rifle haben? Ich habe ein Maschinengewehr. Ein leichtes Maschinengewehr. Okay, dann achte du jetzt auf den Eingang. Ich auf den hinteren. Man darf unten rechts nicht hingucken, ne? Kills? Nein. Death? 27. Oh, was? Ich habe Kills 2 und Tote 21. Ey, du bist so ein Noob. Auf jeden Fall. Baustelle, sondern... Achtung, Fahrzeug. Auf der Nordstraßenseite wieder. Dieses Fährkige Haus da. In welche Richtung? Richtung Baustelle. Death kommt. Ich gehe über die Brücke. Hat er es jetzt abgeworfen? Ich glaube nicht. Scheiße. Oh, steh auf. Das ist ein Sniper. Ich bin drüben. Scheiße, ich habe mich hier nicht. Zwei. Ja, wo denn? Mensch, wo wir die ganze Zeit den Häuserkampf hatten. Gegenüber von D. Wir sind in einer Stadtkarte. Ja, also D. D. Da. Ja, ähm, äh, 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 erkannt. Da, ich schieße da schon drauf. Angst. Und am Bauzaun auch. Ich werde getroffen. Alter, ich spray den voll, ne? Ich werde getroffen. Ja. Irgendwer kann auf uns wirken. Ich fahr zu mich. Ja, im, 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 bei D. Zweite Etage. Okay, ich gehe von rechts, von den Garagen lang. Das heißt, das kann ich nicht mehr anfordern. So, ich habe die Baustelle platt gemacht. Fuck. Ich sehe da oben jetzt gerade keinen mehr rumkauern. Nee, er hockt. Ah, der wird warten, bis ich mich wieder aufstelle. Das wäre jetzt schon blöd. Ich müsste Positionswechsel machen. Aber jetzt keine Position, Ding, wir. Okay, er geht die Treppe runter. Ja, ich sehe es. Ja, genau, da ist er tot. Einer da. Nice. Okay, vier, den es da ist noch einer. Unten kommt wieder einer neu. Ich habe ihn zweimal gehettet, er ist aber nicht gestorben. Unten rennt einer wieder neu in die Baustelle rein. Und ich musste natürlich nachladen, ich affle. Ich gehe jetzt zum Zaun ran. Okay, bin da oben. Oben, oberste, vorletzte Etage oben. Ist anscheinend... Killer Kraut. Tod. Kraut. Killer Kraut. Killer Kraut. Wer läuft denn da hinter der Wand lang? Auf der anderen Straßenseite? Feind. Grünes, äh, grünes Tor. Grünes Tor? Ja. Da, wo ich bin. Ist gerade am grünen Tor vorbei. Gegenüber von der Baustelle. Ich verarze dich. Das ist... Das ist hier. Ja, warum rennst du? Ich habe gerade... Ich verarze dich, du Lappen. Ach so! Könnte sein, dass er wieder ins Haus reinlässt. Fuck! 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 Oh! 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 Nein! Nein! Sven hat mich, Alter! Pass auf, der belebt den wieder. Da, wo ich gestorben bin. Siehst du es? Der holt ihn gerade wieder. Ich sehe es nicht. Ich konnte da noch nicht wirken. Nee, scheiße. Ah, ganz schade. Ich komme da nicht ran, Mann. Fuck! Ganz schade! Mensch! Ganz schade! Hier hat einer so eine komischen Berge installiert, Mann. Das ist Patch. Ich sage es dir. Da unten. Bist du beide? Jo. Nice. So, gefinished, ihr Kleinwaschweiber. Ich habe auch gar nicht gesprayt. Nur 80 Schuss oder so. Nein, 74. 74. Sprayen ist erst ab 80. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Ja, ich gehe mit zur Delta. Das ist aber voll nett, danke. Oh, pff. Okay, nee, so nicht. So nicht, nö. Nein. Nein! Wir bleiben... Äh? Bist du jetzt gerade nicht wieder hier? Ja, doch. Ich bin gerade gestorben. Ich habe bei dir... Äh, bei Charlie gespawnt. Habe ich dir erlaubt, bei mir zu spawnen? Nee, deswegen bin ich bei Charlie gespawnt. Charlie ist nämlich nett. Charlie... Charlie ist NATO-Alphabet, du Sack. Ich weiß. Was ist mit Charlie? Auch diese Brücke hier, ne? Ich positioniere mich mal wieder... ...gegenüber. Machst du die Baustelle self? Ich mache das Büro-Gebäude nebenan self. Mhm. Senf? Oder machst du dich? Ein Selfie. Du sollst... Ein Selfie. Warte. Ein Selfie, ja. Ich brauche mein Handy. Aber sagst du mir bitte nicht. Bitte nicht. Nein, alles gut. So, dann gucken wir uns doch mal die Baustelle an. Wo Baustelle ist doch einer von uns. Da unten, unten kommt einer hoch. Wo ist die zweite Etage? Ein unter dem... ...wer auch immer auf der Baustelle ist. Ich? Ja, unter dir ist er. Eine Etage unter dir. Auto kommt da hoch schon, oder? Außenseite, also auf der Straßenseite von, äh... Hast du den? Ja. Ich muss nachladen. Pkw in meine Richtung. Ja, den habe ich gerade schon beschossen. Ich muss mich erst mal verbinden. Ja, die wissen, wo ich bin. Ne, der fährt in Richtung, äh... ...Osten, aus der Stadt raus. Der verlässt jetzt die... ...die Kampfzone. Dann kommt nochmal ein Fahrzeug. Da hast du an der Tankstelle vorbei. Und sich... Ja, ist glaube ich explodiert, ja? Ja, sah so aus. Aber eigentlich wird doch noch mal da geschossen. Ne, hier, den Killer braut. Ah, shit. Den Killer braut, ja. Ist, ähm, outside gefahren. Der ist exkludiert. Ich habe mir ihre Waffe geklaut. Oh nein, du böse Bube. Ja, aber ich habe... Läuft denn auf der Baustelle? Ne, Baustelle ist Gegner. Was ist Baustelle Gegner? Baustelle ist ein Gegner. Immer noch? Sorry, im Eifel des Gefechts hat nicht für mehr gerecht, als Baustelle ist Gegner. Solange nicht nur die... ...die einzelnen Buchstaben saß. BG... Nein! Was? Ey, was ist mit der Berufsgenossen? Ja. Selber, wir machen die mit. Da kommt noch einer. Wo ist der? Unten. Haupteingang vom Dingsgebäude hier. Von der Baustelle. Und in der Mitte unten war einer. Und einer hat mich auf den zweiten Stock erschossen. Oh, noch einer hinten bei der Wand. Rennt unten bei den Wänden rum. Oh. Ich bin ganz oben neben mir. Ich habe Angst. Pass auf! Neben mir! Oh, der steht direkt an meiner Brücke. An deiner Brücke? Er hat mich gerade erschossen. Und ich bin wieder aufgestanden. An meiner Brücke. Mann, ihr wisst, was ich meine. Ja, deine Brücke. Ich verschiebe mich mal ein bisschen und versuche, die Baustelle von der anderen Seite aus einzendeln. Dürfen! Oh, Alter. Vielleicht hast du den HP oder so. Oh, Hilfe. Warum schießt du auf mich? Ach so. Ich dachte jetzt schon, dass es doch fein ist. Erstmal, warum schießt du auf mich? Zweitens, warum schießt du aus der Entfernung? Oben auf dem Dach, auf dem weißen Gebäude. Da ist einer drauf. Auf dem weißen Gebäude? Ja, auf dem Bürogebäude. Bei Delta da, links daneben. Ja, ja, alles klar. Roger, check, check. Na, einfach mal auf der Arsch. Flup. Ich habe ihn. Pass auf, ich werde beschossen. Oh, ne Feuer. Was war das denn? Feuerwalze? Was war das? Pass auf, ich werde beschossen. Ach, leck mich doch, Mann. Titan, pass auf. Du kannst jetzt da nicht einfach rumrennen. Kannst du mich vielleicht noch reanimieren? Das war gerade die kurste Reaktion. Alter. Ich bin einfach nur losgerannt. Alter. Bis später ist mir aufgefallen, dass das freie Fläche war. Danke. Kannst du vielleicht zurückkommen? Jetzt bist du wieder tot. Oder was? Bleib liegen. Ich hole dich. Bleib liegen. Wie kannst du mich denn holen? Weiß ich nicht. Warte, bleib einfach liegen. Renne nicht weg. Ich kann nicht reanimieren. Du Spinner. Sag mal jetzt ehrlich. Ja, warte, ich hole dich. Ich hoffe es. Okay, einer von... Einer ist im Erdgeschoss. Wie auch kannst du immer noch an mir spawnen? Die zwei sitzen oben in der dritten Etage. Komm weg hier, komm weg hier, komm weg hier. Nach hinten weg. Ah, einer ist weggelaufen. Ich sehe zwei, die auf mich zielen. Ich sehe zwei, die auf mich zielen. Und Granaten. Was ist denn? Wie sieht sich denn das an? Was ist denn? Und ein dritter ist ganz oben auf der Baustelle. Ich sehe zwei, die auf mich zielen. Ich sehe zwei, die auf mich zielen. Der ist nicht schlecht. Los, komm, durch den Rauch. Warte, da oben, da oben. Ich renne alleine. Ich versuche, die mit dem Granatwerfer zu behaken da oben. Warum ist denn der Granatwerfer Einzelschuss? Weil drei Schuss einfach behindert sind und es ist nicht radistisch. Bin jetzt bei Delta. Also. Ja, zweite und dritte Etage sind da. Zwei, zweite. Oh, hab ich mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Aus der vorletzten Etage. Titan. Pass auf, die verletzt nach unten. Titan, kannst du mich reagieren? Oh Mann, hinter mir. Du bist auch tot. Soll ich jetzt wieder warten? Ja. Ich warte. Dieses Angel. Ja, ne. Ich hab gerade aus der Ecke rausgelugt, weißt du. Und auf einmal so, ping. Hallo, wie würdest du dich anhören, wenn du stirbst? Ich weiß es nicht. Ich wollte nicht wie ein Waschweifel. Tja. Auch Männer haben ihre weiblichen Momente. Komm mit, wir laufen links. Oder wir sind einfach mutig und rennen drauf. Ich streike jetzt. Ich werde nur noch trappeln. Los, komm. Okay, warte, ich krabbel. Ich hab irgendwie Schieflage. Ich hab irgendwie Schieflage. Hast du Rauch geschmissen? Nein. Nein. Alter, du Ficker. Weitere Etage. Achtung. Renn weiter. Ich rinne. Ich kann nicht. Ich bin tot. Wieso? War wieso? Nee. Für mich standst du da und hast auf den gezählt, auf den ich da eigentlich geschossen habe. Ja, aber im Bug habe ich auch gesehen. Wenn ihr wüsstet, was die Leiche da gerade abzieht. Das bin ich mal. Diablo, Alter. Warte mal locker. Spawn doch nicht einfach. Und das? Bei euch wird geschossen. Nee, bei dir. Ah, ich bin's gewesen. Och, Mann. Er dreht sich doch rum und will wegrennen, wüsste. Weil ich ihn gesehen habe. Das sind die zwei Richtigen im Bauhaus. Kann das sein, dass da unten einer nebelt? Einer geht gerade die Treppen, glaube ich, hoch. Ja, die ohne Nebeldinges hatte ich mal geschmissen. Treppen sind hochgegangen. Ist jetzt bei euch im Stockwerk. Ah, hat mich. Unten drin auch wieder. Oh. Oh, die Knarre verzieht. Das ist jedenfalls schon gut und böse. Ich bin unter dem Feuer gestorben. Die haben, die haben Delta wieder. Einer kommt die Treppen hoch. Ganz hoch. Von unten auf der... Ah, scheiße. Zweite Etage. Achtung, bei dir gleich. Wer sitzt außerhalb? Gunshot? Ich, ja. Rechts von dir müsste gleich was kommen. Jetzt hat er die gleiche Idee. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich bin um die Ecke gekommen. Und da saßt du da. Nein, gleich killt er mich. Oh, hier. Ich warte bloß, dass der Kunde sich mal an die Container hinstellt und wir hier einnehmen. Ja, die machen Minen oder was? Oh, ich bin tot. Fick die Hände. Das ist so ungenau, das scheiß Ding. Meine Fresse. Ja, der rennt wieder zurück. Ja, killt mich endgültig. Da, jetzt erobern sie die anderen. Hab ihn. Wo sind die? Oben, ganz oben auf dem Dach. Wisch mal auf wieder. Welchen Dach? Du brauchst ja einen Dach. Okay. Dann gehe ich hoch. Ich bin Base gespawned. Ich versuche die Punkte zu halten. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin bei E. Mach die Baustelle weiter. Vorletzte Etage bei der Baustelle, Diablo. Ja, ja. Kannst du mich reviven? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht erschossen werde. Ja, Endzeit kommt jetzt auch gerade von unten hoch. Nicht? Oh, Gott. Mein Gott, hast du einen Juckiefinger, Alter. Siehst du nicht, dass der von unten kommt? Boah, ich hänge hier eine Weißwelle. Also, ich habe doch gerade auf ihn gerade versehentlich geschossen. Alter. Ja. Wo war der denn? Da ist die Treppe hinter mir hochgekommen. Ja. Okay, dann sind alle tot, ne? Wir haben spawned bei mir. Ja, Echo ist safe. Von wo kam der denn? Von unten. Oh, toll. Ich will hier rangehen, um ihn. Darfst ihr Echo ranzukommen? Nee, oder? Jetzt gerade nicht. Spawnt jetzt einer bei mir, oder soll ich hier nie gehen? Naja, ich spawne hier, oder? Hier rennt irgendeiner. Ja, weil ich in der blöden Wand rennt voll. Bucke hier, so einen Scheiß. Mit V raussteigen. Ja, ja. Hallo, revivest du? Ich verheizt, Alter. Diablo? Ja? Revivest du nochmal und kommst, holst mich hier, bitte? Ich lieg hier irgendwo in der Wand. Ja, da. Danke. Wenn du Pech hast, stürzt ich jetzt eh ab. Was? Irgendwo hat mich gerade einer erschossen. Oh, das war ich. Kannst mich wiederholen? Ja, mach ich. Du hattest auch wieder kein Zeichen über dem Kopf und auch das Gruppen-Symbol nicht. Wie lange brennt denn hier die olle Flamme, Alter? Wolltest du mich jetzt wieder, oder nicht? Ja, ja, ich musste mich jetzt mal selbst versorgen, ansonsten wäre ich eine Zeitlupe zu dir gekommen. Belebt, Error, No Unit. Belebt, Error, No Unit. Rape, User. Was? Auf mich schießt einer. Hä, von wo wurde ich denn jetzt schon mal erschossen, Alter? Lebst du wieder? Ja, ja. Oh, ich bin hier fast durchgerannt. Wie ganz oben. Oh, pass auf. Ja. Er hat mich jetzt komplett erschossen, ich muss also bei dir wohl auch spawnen. Nee, ich hab ihn erschossen. Aber er hat anscheinend auch auf dich angelegt gerade. Was sind das da hinten für rote Dreiecke? Das ist Minen. Oder Fallen, die gelegt wurden. Oh, du hast schon wieder keinen... Ja, aber du bist bei mir als Schütze, da steht auch kein Name mehr drüber, nichts, gar nichts. Nee, ich bin auch ein Bot. Achso, du bist ein... Ja. Guck mal hier. Siehst du das? Siehst du das? Ja. Ja, ja, die hat auch eine Decke. Pkw? So. Drüben auf dem Dach. Ja, ich seh's. Ich bin drüben auf dem Bürogebäude. Auf dem Bürogebäude. Bürogebäude. Okay, dann hat er mich von da weggebracht. Hab ihn schon. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Jihau. Ey, voll froh, Alter. Sieben Kills, 43 Mal gestorben. Fünf Kills, 40 Mal gestorben. S processesen, 40 Mal gestorben. Debbie, 16 Mal gestorben.